Marie Curie, geboren am 7. November 1867, starb am 4. Juli 1934 im Alter von 67 Jahren. Sie war eine polnische Wissenschaftlerin und Chemikerin, die bahnbrechende Strahlenforschungen durchführte. Curie ist die erste Person, die den Nobelpreis in zwei verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen erhalten hat. Die erste Frau, der dies gelang und die erste Person, der dies zweimal gelang. Sie und die Ehemann, Pierre Curie, teilten sich den ersten Nobelpreis und waren damit das erste Ehepaar, das die begehrte Auszeichnung erhielt. Insgesamt hat die Familie Curie fünf Nobelpreise erhalten. Curie wurde am 7. November 1867 in Warschau, Polen, als jüngstes von fünf Geschwistern geboren. Ihre Eltern waren bekannte Lehrer. Sie trat in die Fußstapfen ihres Vaters, der Mathematik und Physik unterrichtete, Fächer, die Curie später weiterverfolgte. Curie besuchte die örtlichen Schulen und erhielt von ihrem Vater eine gewisse wissenschaftliche Ausbildung. Da sie und ihre Schwester als Frauen nicht an einer regulären Universität studieren durften, schlossen sie sich einer unterirdischen Bildungseinrichtung an, die als fliegende Universität bekannt wurde. 1891 ging Curie nach Paris, wo sie an der Universität von Paris Physik, Chemie und Mathematik studierte. Sie erwarb zwei Abschlüsse in Physik und mathematischen Wissenschaften. 1894 lernte sie ihren Mann Pierre Curie kennen und heiratete ihn ein Jahr später. Die beiden arbeiteten zusammen und teilten ihre Leidenschaft für Wissenschaft und Physik. Nach der Entdeckung der Radioaktivität durch Henry Becquerel im Jahr 1896 entwickelte Curie Methoden, um Radium von den radioaktiven Rückständen zu trennen und so seine Eigenschaften zu untersuchen. Im Jahr 1903 erhielt sie und Pierre Curie für ihre Arbeit den Friedensnobelpreis. Pierre starb 1906 und Curie übernahm seinen Platz als Professorin für allgemeine Physik an der Fakultät für Naturwissenschaften. Wie viele andere Errungenschaften in ihrem Leben, war sie die erste Frau, die diese Position innehatte. Curie starb 1934 an aplastische Anämie, die wahrscheinlich durch Strahlenbelastung verursacht wurde. Sie hinterließ ein wissenschaftliches Erbe und einen bedeutenden Einfluss auf die wissenschaftliche Welt. Aber nicht nur das. Curie hat dazu beigetragen, den Weg für Wissenschaftlerinnen in einem Fachgebiet zu ebnen, das zuvor von Männern in Mathematik und Naturwissenschaften dominiert wurde. Sie war nicht nur die erste Frau, die den Nobelpreis erhielt, sondern auch die erste und einzige, der dies zweimal gelang. Curie ist die erste Frau, die eine Professor an der Universität Paris innehat und die einzige Frau, die den Nobelpreis in zwei verschiedenen wissenschaftlichen Kategorien erhalten hat. Anlässlich des Tages hier ein paar interessante Fakten zu Marie Curie. Welche davon wusstet ihr? Erstens, sie finanzierte die Ausbildung ihrer Schwester. Curie nahm eine Stelle als Gouvernante an, um ihre Schulausbildung und die ihrer Schwester zu finanzieren. Zweitens, sie gewann ein Stipendium. Curie war die Beste ihres Jahrgangs an der Universität und erhielt das Aleksandrowicz-Stipendium für polnische Studenten, die im Ausland studieren. Drittens, sie erfand das Wort radioaktiv. Curie verwendete das Wort radioaktiv zum ersten Mal in einem Aufsatz, als sie Röntgenstrahlen untersuchte, von denen sie fasziniert war. Viertens, sie entdeckte das Polonium. 1898 entdeckten Pierre und Curie ein bis dahin unentdecktes radioaktives Element und nannten es Polonium, nach Polen. Fünftens, Curie und ihr Ehemann sind im Pantheon in Paris neben den größten Bürgern Frankreichs begraben. Wusstet ihr das alles? Schreibt es in die Kommentare. Lernen ohne Stress. Go German Podcast.